. . . . . . . . Heute lassen wir die Ski mal stehen. Aber mit auch viel mitnehmen, trinke trotzdem. Schauen wir mal, was ich heute für eine Zeit fahre. Ah, vorweg. Juhu. Juhu. Vom Kolden ins Warme. In Null kommt nichts. Heute auch mal richtig entspannen. Heute muss ich nicht kochen, heute werde ich gekocht.